Obwohl Poltergeist-Phänomene bis heute nicht wissenschaftlich gewiesen sind, steht eins fest. Die Menschen haben Angst davor. Ich hab geträumt, dass hier irgendwas in der Burg ist. Irgendwas ist hier! Ich will hier nicht mehr bleiben, okay? Wir brechen die Sache ab. Was ist das? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017